Hallo, ich bin Nico Semsrott und hier liege ich richtig. Von Beruf bin ich Demotivationstrainer und deshalb kandidiere ich für die Partei, die Partei. Deutschland wird von einer Gruppe dominiert, die von allen Parteien totgeschwiegen wird. Den Nichtwählern. So sieht der Bundestag momentan aus. Und so mit Nichtwählern. Würden die Nichtwähler im Parlament vertreten sein, hätten sie mehr Abgeordnete als die CDU. Fast 18 Millionen Menschen in Deutschland sind Nichtwähler. Und doch haben sie seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Mal den Einzug in den Bundestag verpasst. Ein Skandal. Die Partei ist die einzige Partei, die sich glaubhaft für die Interessen der Nichtwähler einsetzt. Liebe Nichtwähler, wenn es euch egal ist, wer im Bundestag sitzt, Wäre es dann nicht schön, von jemandem vertreten zu werden, dem es egal ist, dass er im Bundestag sitzt? Je mehr Nichtwähler für die Partei stimmen, desto höher ist die Wahlbeteiligung und desto wahrscheinlicher ist es, dass AfD und FDP den Einzug in den Bundestag verpassen. Mit ein bisschen Glück sogar die SPD. Falls wir dieses Ziel nicht erreichen sollten, trete ich zurück. Selbst wenn ich dafür aufstehen muss. Ich hatte auch überlegt, noch eine Bewegung zu gründen, aber ich bin gegen Bewegung. Das ist also ein Aufregender�gewöhnger zwischen dem Daumen nach und der Bedie sabot まnte. Daherabende Azul der Zwischen und der Zwirkung hat rechtgelegt.